Fernseher, Laptop, eine teure Couch oder doch Ihr Schmuck? Was liegt Ihnen besonders am Herzen? Ganz egal, was es ist. Für viele Ihrer Besitztümer haben Sie vermutlich lange gespart und Sie möchten sich diese Dinge möglichst lange erhalten. Nun stellen Sie sich vor, Ihre geliebten Gegenstände werden durch ein Feuer zerstört. Das ganze Sparen wäre umsonst gewesen und Ihr Geld wäre faktisch verloren. Doch nicht nur Feuer kann dazu führen, dass Ihre geliebten Gegenstände unbenutzbar werden. Auch ein Einbruch ist denkbar oder ein Leitungswasserschaden, beispielsweise in der Küche. Im schlimmsten Falle belaufen sich die Schäden dabei auf mehrere tausend Euro und das auf dann, wenn Sie überhaupt nicht damit rechnen. Doch zum Glück gibt es die Hausratversicherung bei der Allianz. Im Schadensfall wird Ihnen der Wert ersetzt, den der versicherte Gegenstand bei Neubeschaffung kostet. Wird der Gegenstand beschädigt, werden Ihnen die Reparaturkosten erstattet. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihre zerstörten oder beschädigten Sachen können neu gekauft werden oder repariert werden. Das Beste? Bei der Allianz entscheiden Sie, wie weit Ihr Versicherungsschutz gehen soll. Die Allianz bietet Ihnen verschiedene Tarife an, damit Sie auch nur das zahlen, was Sie auch wirklich benötigen. Wir stellen Ihnen gerne Ihren individuellen Versicherungsschutz zusammen. Die grundlegende Versicherung ist in allen Tarifen enthalten und versichert den gesamten Hausrat in der versicherten Wohnung, in Gemeinschaftsräumen und Garagen. Dabei sind Schäden durch Feuer, Blitzschlag und Explosion, austretendem Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie Schäden aus Einbruchsdiebstahl und Raub abgedeckt. Daneben werden die Leistungen dann innerhalb der Tarife Basis, Smart, Komfort und Premium gestaffelt abgedeckt. Mit Tarifkomfort haben Sie viele zusätzliche Leistungen über den Grundschutz hinaus, zusätzliche Absicherung mit dem Internetschutz und Notfallservice zu Hause inklusive. Ab dem Tarif Smart werden zudem Beschädigungen aller Art zu Hause, erweiterte Deckung im Garten und Diebstahl zu Hause versichert. Mit Premium haben Sie eine vollumfängliche Allgefahrendeckung, auch unterwegs. Entscheiden Sie selbst, welcher Tarif am besten zu Ihnen passt und wie viel Sicherheit für Sie persönlich wichtig ist. Auch in Zeiten von Überschwemmung und Starkregen hat die Allianz die optimale Lösung für Ihr Hab und Gut. Mit dem Baustein Allianz Extrem Wetterschutz wird Ihnen geholfen, wenn durch eine Überschwemmung und Starkregen Ihre liebsten Gegenstände beschädigt werden. Das Beste, jeder bekommt ein Angebot, egal wo und mit welchen Vorschäden, ganz ohne bauliche Auflagen, wie zum Beispiel Rückstausicherung oder hochwasserdichte Fenster. Die Allianz Hausratversicherung hilft Ihnen, wenn es mal ernst wird und das ganz unkompliziert. Auch bei grober Fahrlässigkeit können Sie sich auf die Allianz verlassen. Ab Tarif Smart. Sie erhalten zudem bei weiteren Privatversicherungen attraktive Preisvorteile. Der beste Schutz für Ihr Zuhause. Allianz. Wir sind für Sie da. Persönlich digital. Das Fighting-WC-WC-WC-WC-WC-ISS- لا-Spiel.